Willkommen zum 30. Barbarossa-Markt in Gelnhausen, vom 6. bis 9. März. Barbarossa-Markt, selbstverständlich in der schönen Kreis- und Barbarossa-Stadt. Es erwartet Sie ein buntes Markttreiben mit über 200 Ständen. Barbarossa-Markt, wir sehen uns in Gelnhausen. Einem großen historischen Markt und Kinderprogramm auf dem Obermarkt. Barbarossa-Markt, was sonst? Viele Fahrgeschäfte auf der Bleiche. Barbarossa-Markt, am besten mit der ganzen Familie. Barbarossa-Markt, immer wieder gerne. Verkaufsoffener Sonntag und vieles mehr. Barbarossa-Markt, auf jeden Fall. Barbarossa-Markt, na klar. Oh wie schön, bald wieder Barbarossa-Markt. Der 30. Barbarossa-Markt in Gelnhausen. Wir sehen uns. Barbarossa-Markt, da sind wir dabei.